mach das ja was das denn? piu 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 und los was kauf ich mir denn ich starte mit vampirisches Zepter und heiltrinken nein 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 du brauchst auf jeden Fall liegen das mit mana noch mana? ja mana mana ach ist egal dann verkacke ich wieder warum brauch ich mana? Luda du hast voll den panda Temo der ist süß ja ne aber hast du nicht den Raumfahrer Captain Temo meldet sich zum Dienst ich hab den den panda den Plyschäschen und den Dax guck mal ich hab den gefüttert füttert den ja 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 es werden nicht meine Kekse jetzt ich wurde attacked pfff so hund ausgewinchen hast du gesehen Ah, wieder eine Jinx? Echt jetzt? Ich bin den Schimmer und den Kuchen. Ich bin so cool. Ach, die Ashe hat uns gerade alle erwischt. Nur Nippel nicht, der hält sich gut. Haben die einen Tank? Schaut die Lust. Oha. Warum hab ich den noch nicht angetroffen? Ach, da ist er ja. Ich will noch nicht tanken. Aber ist nicht erledigt. Wie war ich denn jetzt? Wie töten wir die denn jetzt alle? Ich versuch's mal so. Oh, Timo ist ja so gut. Was kann ich denn sagen? OP Timo. Mein Nippel. Ich hab halt Tränke. Ich krieg dich. Sigi hat immer Cassio Paya gespielt, ne? Wer? 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 Was ist das für ne Bubbel? Ah. Ich brauch Medikit. Äh, ausgewichen. Oh. Ich nicht. Ich sag doch, ich bin besser. Aaaaah. Du spielst so Bronze-like. Die bitte? Nein, es tut mir leid. Ich will dich damit träumen. Ich will dich damit träumen. Ich will dich damit träumen. Hast du gemeint, ey. Wieso hat er nicht funktioniert? Warum treff ich Kacke? Was hast du gesagt hast mit Männern? Steht das bei jedem? Was? Oder mit euch? Was denn? Was du gesagt hast mit Männern? Worauf will sie hinaus? Will sie jetzt wissen, ob wir auf sie ihre Mopse stehen? Nein, nicht. Ich will meinen. Dass alle Männer auf große Brüste stehen. Genau. Nein. Das ist, äh, sagen wir mal zu 99 Prozent so. Nein. Jedermann steht auf Brüste, ja, aber verschiedene Arten von Brüsten. Hallo. Die so richtig groß und flauschig sind. Nein. Mag ich gar nicht. Ja, okay. Die Zippe gefällt mir. Ah, ich nicht? Na klasse. Nur weil ich nicht lüge. Das ist gekriminiert. Okay, ich steh auch auf Kleine. Ich wünsche mir, dass die meisten Frauen Komplexe kriegen und sich unter das Messer legen. Wenn's normal... Ja. Gemachte Brüste finde ich noch hässlicher. Ja, okay, das ist natürlich eklig. Am besten noch so, wie bei dieser Blondine, die im Dschungel war. Wo das mit so einem Faden zusammengehalten wird. So richtig gliederlich. Kann ich mir zuhören, wie die Kit oder soll ich? Ich habe nichts zu verlieren. Ich nehm's. Aber ich spreche jetzt auch nicht von so, so, so riesen Dingern, ne? Passte. So, so. Ne gute Handvoll. Ach so. So, dass sie nicht hängen. Ja. Das ist bei mir zu Glück nicht der Fall. Das können wir jetzt nicht beurteilen. Ich bin aber noch... Ich bin ja noch jung. Ja, doch. Ach. Da muss ja noch alles stramm sein. Außer du hast ne... Haut. Es gibt auch welche, die mein Alter sind. Oder Jünger sind und das nicht so haben. Ja, ich kenne auch jemanden, der hat sich unter das Messer legen lassen. Die Füße machen zu lassen, weil sie... Äh... Waschlappen fitten hatten. Ja, die ist daran sauernd verschwunden. Was soll ich denn da machen? Töten, 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 töten. Ich hab's ja versucht. Ja. 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 Wenn das irgendwie... Es gibt ja auch Frauen, die sind ja auch schon. Die haben von Natur aus zu groß und die müssen sich dann operieren lassen, weil... Ja. Die sonst Rückenprobleme kriegen. Pulver. Ja. Ja. Auch da sind Brust-OPs okay. Aber nicht von wegen, ja, ich möchte so kopfgroße Melonen haben. Mal Queens. Das... Mal gleich. Mal schon. Ach, mach ihr die ganze Zeit. Mal schon. von den fickern attack da ist ein medikett danke akali komm stipp 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 ja nein sie hat noch einen eintrank gehabt oh genau daneben ich hab mich extra hingeflasht du hast doch assist bekommen ja aber ich hab mich geflasht ja warum machst du das hä was ist das denn aber warum hat dich so wenig schaden gemacht weiß ich nicht ja ich hab ihn nach hinten laufen nichts auch nichts gebraucht dass backtätig komm her ja doch dass wir die kippen sondern was dringend gut gar nicht also sie als nächstes ab auch schloss tut ja genau ja immer diese englisch sprachen bösen wörter oder noch ein einziges dann bin ich fast doppelt so stark was doch bitte stark ja mehr dann 15 prozent stärker das ist das richtig 15 prozent sind fast doppelt so stark ja enorm stärker also ich erhöhe dein konnte gut haben um 15 prozent und du meinst fast doppelt so voll kommt drauf an den legebrot irgendwie was du dieses prozent nein jetzt wollte ich ja wieder der kuh nicht gehen ich krieg die grise tatsächlich bei der oder meine tassen die kaputt können wir jetzt sehen aber die entdecken doch immer da drauf rein ich habe ja auch keinen schönen arsch gerettet Hehehe, ich will. Ja. Äh, scheiße. Es gibt keine Erlösung. Renne meine Pizze, renne meine Pizze. Verminen war das ganze Feld. Meine Bestimmung ist klar. Es gibt keine Erlösung. Oh yes. Dieser Multi-Hit-Bow ist ziemlich cool. Aber irgendwie krieg ich hier nicht so viel ab. Nippel. Finkt auch mal lustig. Oh, nimm mal. Ich klau dir den mal. Ich muss mir mal richtig mit dem Ohr stauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin fast. Oh mein Gott. 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 Mach das ja. Was ist das denn? Piu 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 Piu. Ich hab auch da auch hinten. Oh die Akade, die will mich. nein sie wollte mich was das ich habe mir ein item gekauft jetzt bin ich ja pleite ja ich habe mir gerade klingel der unendlichkeit gekauft ich hoffe das war gut ich weiß es nicht aber ich habe gemerkt ich schieße schnell aber nicht stark genug ja der bogen soll nicht so doll auf vorms ich finde cool von er sich hat mir double kill kommt hier ist ich wollte ja ich bin ich richtig ich erledigt ich bin unberührbar oh yes drücken wir mal hier nein 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 wieder nicht hin genau hätte das nicht hierher kommen können mit dem Stun und so ich brauche hier noch die Boots ich brauche jetzt nächstes das habe ich schon gar keine Schnitzmau los Kari ja bin dabei los du Powerpuff Girl meine Bestimmung ist da z.B. gut gut kann ich komme die 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 ich brauche 3 237 Gold die mir gehörten ich gibt es wieder wieder Prozent Ich bin sehr nachtragend. Nein. Ja. Kannst doch nicht böse auf mich sein. Nur Feindlinge entfliehen ihrem Schicksal. Ups. Aber Kari, der hat gerade Barrier gezündet, der wäre nicht drauf gegangen. Der hätte sie trotzdem. Doch, hätte ich. Der will cool. Gut, gut wohl. Scheiße, jetzt geht die Kuh. Jetzt geht die Riese. Mann, blöder Kuh. Geht doch. Killt's alles zu. Los. Was? Killt sie. 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 Ge-aced, ihr Noobs. Ge-aged? Ja. Wir wissen Ass. Ja. Killt sie. stimmen auch noch geopfert die kriegen den hiel das tut mir meinst wieder pilzpilz tot der kuh von wachs nein das war ich nicht noch mal ja ein bisschen nein kari alter wie sie alle auf mich gehen ach ne ernsthaft ich mache zu nein Nein, nicht enden, enden immer. Spiel ist total ... 12, okay. Weeeee! Nein! Du bist nicht im Endfilm, Kari! Awww. Das war's.